Herbert A. Louis Wagner war ein österreichischer Luftfahrtpionier. Leben Von 1914 bis 1917 besuchte er die Österreichische Marineakademie, diente während des Ersten Weltkriegs als Fernrich in der österreichischen Marine, wobei er nach einem Torpedotreffer den Untergang seines Schiffes überlebte. Danach studierte er an der Technischen Universität Berlin, wo er 1923 promovierte. Mitte der 1920er arbeitete er beim Rohrbach-Metall-Flugzeugbau an einem neuen Design für Flugboote. Hier erfand er den sogenannten Wagner-Träger, ein Verfahren zur Konstruktion von Flugzeugbauteilen aus Blech. Nach einer kurzen Zeit als Professor an der Technischen Universität Berlin wechselte er zu den Junkers Flugzeug- und Motorenwerken, wo er an der Entwicklung von Flugzeugmotoren arbeitete und zusammen mit Hans-Joachim Päpst von Ohain eine entscheidende Rolle bei der Entwicklung der ersten Jet-Triebwerke hatte. Nach Meinungsverschiedenheiten mit dem Management wechselte er zu den Henschel-Flugzeugwerken in Berlin. Als Leiter der Sonderabteilung F stellte er Konrad Zuse als unabkömmlich und holte ihn zu Henschel. Bei Henschel forschte er zu ferngesteuerten Flugzeugen, begann im Juli 1940 mit der Entwicklung von Gleitbomben und stellte im Winter 1943-44 die Henschel HS293 fertig. Erste Tests begannen am 25. August 1943 im Golf von Biscaya gegen die 40TH Support Group und zwei Tage darauf wurde die E-Gret versenkt. Ebenso wie im November die Runa. Er entwickelte auch die Bodenluftflugabwehr-Rakete Henschel HS117, genannt Schmetterling. Nach dem Krieg kam er im Rahmen der Operation Ofacast mit seinen Blaupausen am 18. Mai 1945 nach Fred-Erik, wo er die USA bei der Entwicklung von Gleitbomben gegen Japan unterstützte. Danach zog er zur Nawal-Air-Station Poenmugu und entwickelte Kontrollmechanismen für Raketen. Nach seinem Ausscheiden aus dem Staatsdienst gründete er sein eigenes technisches Beratungsunternehmen H. Wagner Company, das er 1957 an Curtis Wright verkaufte. Er kehrte zurück nach Deutschland und wurde Professor für Technische Mechanik und Raumfahrttechnik an der Technischen Hochschule Eichen. Seine Tochter Monika heiratete in zweiter Ehe Willi A. Wiedler. Veröffentlichungen über die Entstehung des dynamischen Auftriebes von Tragflügeln VDI Verlag 1925 mit Gotthold Kim Bauelemente des Flugzeuges 1940 mit Asmus Hansen Probleme des Höhenflugs Bericht über den Bau von Höhenflugzeugen in Schriften der Deutschen Akademie der Luftfahrtforschung WD shotgun äpert aus und wie er womit gut hinweist und wie er wichtig ist. Ausgurt habe Erwerter von Tragflügeln